Heute möchte ich ganz kurz auf das neue Lebensversicherungsreformgesetz eingehen. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben oder auch nicht, ist Anfang August das neue Lebensversicherungsreformgesetz in Kraft getreten und auch durch den Bundespräsidenten unterzeichnet worden. Und es wird wie geplant in Kraft treten. Die wesentliche Änderung für alle Verbraucher und Sparer ist die Senkung des Garantiezinses von 1,75 auf 1,25. Jetzt können Sie natürlich sagen, okay, die Absenkung klingt erstmal nicht so dramatisch, doch welche Auswirkungen sie wirklich hat, möchte ich hier ganz kurz in zwei Folien Ihnen zeigen. Also wir haben einmal nachgerechnet für Sie und hier sehen Sie bereits die Auswirkungen bei einem Sparplan. Und zwar bei einer monatlichen Rate von 100 Euro und das Ganze auf die nächsten 40 Jahre würde sich hier eine Differenz ergeben von 7.126,18. Sie haben hier in der linken Spalte den Garantiezins mit 1,75 und in der rechten Spalte sehen Sie das mit 1,25. Dies ist der Zins, der ab dem 1.1.2015 für alle neu abgeschlossenen Verträge dann gilt, also sprich wo ein Garantiezins zu vereinbaren wäre oder vereinbart wird. Das Ganze zeige ich Ihnen jetzt auch nochmals bei einer Einmalanlage, beispielsweise 100.000 Euro mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Da reden wir von einer Differenz von insgesamt 17.878,76 Euro Cent für Sie als Verbraucher, als Anleger oder in Prozent ausgedrückt, das sind rund 13 Prozent weniger durch die Reduzierung des Garantiezinses. Macht sich also doch bemerkbar, nur die große Frage ist natürlich, machen Sie jetzt den Rann mit, weil eines kann ich Ihnen versprechen, Die ganzen Versicherungsgesellschaften wetzen schon ihre Messer und stimmen den Vertrieb auf die Herbst- und Jahresendoffensive ein. Also überlegen Sie sich als Verbraucher, als künftiger Sparer oder derjenige, der noch was für die Altersvorsorge tun möchte, welchen Vertrag Sie wirklich benötigen, einen der vielleicht auch gefördert ist oder nicht gefördert. Und hier mein Angebot für Sie. Sprechen Sie uns an, machen Sie einen Online-Beratungstermin. Hier sehen Sie unsere WW-Nummer oder auch die E-Mail. Treten Sie mit uns in Kontakt und wir helfen Ihnen gerne weiter. Danke und Tschüss. Das war die Ute Göbels von der Unternehmensgruppe BGP OHG aus Bad Kissingen. Das war die Ute Göbelin. Danke. Danke.